Ist Leon bei dir? Dominik! Ja, der schläft jetzt. Aber der war total verstört, als ich ihn gefunden habe. Was ist denn mit ihm passiert? Hör zu. Du und Daniela, wir müssen sofort mit Leon zur Polizei fahren. Was? Langsam machst du mir echt Angst. Du kannst es doch nicht versprechen. Du bist jetzt völlig verrückt geworden. Nein, ich tue überhaupt nichts, solange du mir nicht sagst, was los ist. Ich bin jetzt in die obere Geschoss. Verstanden. Hör zu. Wir brauchen sie nicht mehr. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Ja, klar. Ja, ich hab verstanden. Ich sehe, hast du meine Freundin Lina ja schon kennengelernt. Nein. In der Tat, wir wurden uns doch nicht vorgestellt. Lena? Ich bin Marc. Ja, wir haben den ganzen Tag sozusagen im unangenehmen Schweigen zusammen verbracht. Unangenehm. Wieso bist du hier? Das ist ja ein sehr freundlicher Anfang. Siehst vielleicht beschissen aus. Ich versuche, mich der Umgebung anzupassen. Wie geht's denn dir so? Super. Super? Wirklich? Und wie läufst du mit dehhhhh... Abig? Tja, ach, ach... Arbeit? Ganz okay. Ganz okay. Wie geht´s mit deiner Mami? Gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017